Zeichne den Schneemann ohne den Stift abzusetzen und du gewinnst 100 Euro, okay? Versuch's, versuch's und... Ah, jetzt bleibt hier und hier übrig, okay? Versuch's nochmal, versuch's nochmal. Vielleicht voll auszeichnen hier, so. So, einmal einen Kreis. Ja, versuch gut, so gut wie möglich auf den Linien zu bleiben. Ja, das ist nicht so einfach. Okay. So. Ohne den Stift abzusetzen, ein Schneemann. Ah, jetzt bleibt das hier übrig. Das gibt's doch nicht. Okay, versuch's nochmal. Vielleicht in die Richtung? So, okay. Ja, nee, jetzt bleibt ja noch mehr übrig. Oh, nee, oh mein Gott, das war richtig schlecht. Es geht. Vielleicht muss ich am Rand entlang gehen, weißt du? Also ich mein so am Rand entlang. Ah, okay, ja, ja, ja. So am Rand entlang erstmal. Ohne den Stift abzusetzen. Ah, jetzt bleibt das und das übrig. Ich hätte so machen können, das wäre nur das gewesen. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.